Möchtet ihr ne An-Mod machen? Nein. Vor allem der Kompass, der Kompass steht auf, steht auf, steht auf, steht auf! Oh mein Gott. Und damit recht herzlich willkommen hier zurück bei einer weiteren neuen Folge The Eil. Wir wurden angegriffen bei der An-Mod. Was ist das in Cera? Alles klar? Ja. Komm, Lakou, du bist drauf. Sehr schön. Ja. Können wir zu zweit drauf? Äh, lassen wir es lieber. Ist doch so klein, dann lassen wir es lieber. Ah, 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 scheiße, er hat mich. Ja, ja, ich hab drauf gebissen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Fallschaden. Ich bin zu hoch gewesen zum Sprinken. Scheiße. Ja, ich hab Probleme auch. Muss auch fissen. Oh nein. Du hast Fallschaden. Erich muss auch. Ja, du hast mich gleich hatten gestorben, weil er den Berg runter gefallen ist. Ich bin gesprungen von ihm weg und dann find ich den Berg runter gesprungen. Scheiße. Ich war so ein langer Wien drauf. Nee. Was für ein Start in die Folge. Ich muss euch nicht sagen, wer mit am Start ist. Wider Erik und Lakout. Ach. Lakouts hat sie... Ah, Lakouts ist auch. Äh, Erik. Ich bin gewohnt. Ja. Ich bin gewohnt, dass ich mir immer Sorgen um dich machen muss. Oh, oh. Warte mal, was soll das denn? Du bist jetzt in jeder Folge gestorben. Nee. Nee. Letzte nicht. Stimmt, letzte nicht. Okay. Bist entschuldigt. Scheiße. Ähm. Oh, das war so blöd jetzt, ey. Warum bin ich auch so weggesprungen von dem? Ey, Server startet in 5 Minuten neu. Echt? Ey. Pazag. In der letzten Minute passiert nur nichts, ne? Er isst dich. Ich könnte ihn angreifen, aber ich will jetzt nicht riskieren. Aber seit wann tut der Server neu Start hier? Wir machen die automatisch. Alle paar Stunden. Echt? Ja. Okay. Ähm. Passiert in der letzten Minute? Wird nichts mehr gespeichert? Oder schon bei den letzten 5 Minuten wird nichts mehr gespeichert? Ich würde mich einfach in der letzten Minute ausloggen. Aber ich meine, das war in den letzten 5 Minuten müsste nichts mehr gespeichert sein. Was war das eigentlich gerade für ein Dino, das wir da attraktiviert haben? Der Cerato. Ah. Ja. Er hat es irgendwie geschafft, mich runterzureißen und auf den Rücken zu schmeißen. Das kann er tatsächlich machen. Es geht, aber ich weiß gar nicht mehr, welche Tast das war. Weil deswegen hab ich mich so erschrocken, bin aus Reflex weggesprungen. Ja, okay. Ich hab ihn auch attackiert noch, deswegen blute ich auch gerade so stark. Weil ich mich schützend vor dich geworfen habe. Nachdem ich tot war. Ne, du warst noch am Leben, als ich da war. Nein. Ich hab dir noch gesehen, wie du weg... Ich hab keine Ahnung, was passiert ist, du warst plötzlich weg aus dem Bild. Aus dem Leben. Wurde einfach aus dem Leben gekickt. Äh, Erik, dann lass uns jetzt hier ausloggen, oder? Kämpfe. Gegen den Cerato. Versuch's, ich bin mega blutig, also ich kann nicht wirklich... Mein Leben ist auch orange, also... Willst du gleich eine Aufnahme-Neustart oder läuft die wirklich schon? Die läuft wirklich, das ist doch, das musst du drin lassen. Dann machen wir gleich einen Cut, oder? Dann machen wir gleich einen Cut, oder? Ja, einen Cut bei... Lade, genau. Also ich schlaf mich schon mal aus. Ist das jetzt sehr... Ich hab vergessen, welcher Cerro das jetzt war, gell? Sieben. Der lockt sich auch aus. Der... Ich hab den gerade angegriffen, als er saß. Aber das Problem ist, ich muss jetzt warten, bis mein Magen sich wieder erfüllt. Ich bin so eine Hilfe. Weil er mich vergiftet hat, deswegen. Ich guck ab der Sieben, so... Wollte sagen, nee, stimmt gar nicht, weil ich sehe mein Raptor nicht an der Seite, ne? Ja, ich bin ja tot. Das wird er aber nicht machen, ne? Aber... Wirst du glauben, dass der nicht alleine ist? Glaub ich hab noch einen gehört, gerade. Ne, es war der, der gerade den Bolt hatte. Ja, okay. Boah, guck dir mal den Himmel an, jetzt gerade schnell. Ne, ich bin schon safe on lock out. Okay, mein Magen ist schon wieder aufgefüllt, ich geh auch mal weg. Boah, was machst du denn da auf dem Weg, neben dem Fass? Oh, wirst du das? Mach mir keinen Herzenfakt, Alter. Ich hör nur die Schritte, bin bei 15 Sekunden. Das wär so mies. Aber vielleicht kann... würde ja auch jetzt nichts mehr passieren, weiß ich ja nicht. Das war ein Großmachter. Schatze. Boah, dieser Kick, ey. So, da sind wir wieder zurück, im Ladebildschirm. Server hat neu gestartet. Spannung kickt. Ist der Zerrer noch da? Wo soll ich ja gespawnt? Weis Plains, da ist das Nächste. Oh, Erik. Oh, ich humpel. Du hast Knochen gebrochen, hab ins Gebüsch mit dir. Aber warum sind die gebrochen? Oh. Wahrscheinlich stark verwundet, deshalb. So, wo muss ich laufen hin? Ich weiß es ja nicht. Aber ich hatte das eben nicht. Komm, richtig schöner Tag. Wir haben... Voll schön. 10 Uhr morgens. Boah, geil. Ja, fett, ey. Leichter Wind aus Südost. Die Frisur sitzt. Luftfeuchtigkeit ist auch in Ordnung. Ich höre Kinos überall. Ich habe Angst. Also, ich bin hier wieder am See mit der Insel in der Mitte. Link. Okay. Aber... Kommt doch mal zu mir. Ja, ich habe Frakturen. Also, ich humpel. Hier ist nämlich Deutsch, äh... Na, Deutsch. Hier sch... Oh. Das ist ein Raptor, glaube ich. Wir sind echt Raptoren unterwegs, hoffentlich. Ja, freundlich an. Hier schreibt, äh... Mabu. German. Ja, hier schreibst du ja, abonniert, äh... Nee, warte, 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 warte. Der Pentri schreibt, Deutschland, gutes Land. Ich gut Deutsch sprechen, ja. Ja, dann verstehen die uns. Schreibt sie hier. Eltern und Sieben. Seid nicht live, aber... Seid irgendwie... Ja, komm her. Also, hier weiter. Schönen wir mal was anschauen gehen, ja? Ja, ja. Da heralde ich schon. Mein Leben ist auch schon wieder auf Gelb. Ja, bei mir ist das Problem, ich habe... Lexfrakturet. Und wounded. Es tut so weh. In meinem Kumpelchen. Du hast so prickelt, der in deinen Fuß. Ich muss einmal ganz kurz stehen, ich will mal ein bisschen anders gucken. Oh, er rumpelt. Ist das süß. Ey, ich höre alles. Ich höre so viele Geräusche hier. Oh, guck mal, da hinten ist schon ein ganzer Rudel von Raptoren. Ganze Horde. Ich bin ein bisschen zerkratzt, oder? Ja, stimmt. Wir beide. Ich auch. Aber warum? Ah, der hat mich auch einmal erwischt. Der, ja. Der Zehrer. Young, Ziege. Dann lauf weg. Siehe ich aus wie eine Ziege? Ja, deswegen. Ich habe das hier schon im Blick. Du guckst einfach nur, wann deine Knochen weg sind. Ich gehe mal besuchen. Wann deine Knochen weg sind. Alles klar. Wann deine Knochen weg sind. Dann bin ich nur noch ein Schwabbelwabbel. Wie bei Harry Potter mit dem Arm. Boah, ja, Mann. Hör ich nur noch halb drauf an. Nicht positiv. Jetzt kannst du das machen. Nichts. Ziege, Ziege, Ziege. Wo ist Ziege? Ziege, Gott. Ziege? Ja, Ziege. Ich guck mal aufschauen. Ah, ist Ziege. Ich habe mir selbst eine Beute. Noch hat niemand einen getötet. Boah, ich höre jetzt eine krassere Dinos hier rumschreien. Ja, ja. Geh mal rüber und sag mal, soll ich die Fresse halten. Warum nicht? Alter, ich höre die Ziege überall. Wo ist denn die? Und wie sieht es mit deinem Knochen aus? Immer noch, leider. Beides noch. Also, Leckse, Frakturet und Vounded. Ja, Vounded ist bei mir weg. Das ist so weit du weg bist beim Orangenbereich. Also, wenn du gelb bist, dann ist es ja gut. Ah, Ziege. Oh! Da wird einer von so einem BH gejagt. Ein Raptor. Hilf? Da ist direkt Homies am Start. Ich habe mich auch in der Folge, in der... Ach, keine Ahnung. Jetzt vor vier Folgen habe ich mich auch mit Raptoren angefreundet. Vor allem, wenn du... Sehe ich gerade, wenn du bepounst, ne? Du verbrauchst so viel Ausdauer. Ja, ja. Ist Horror. Boah, die Ziege, Alter. Die hat Leben des Todes. Wie haben wir überlebt die denn? Ja, du bist noch ein kleines Kackbaby. Trotzdem, ich habe gleich keine Ahnung mehr. Pass auf, die dreht sich gleich um und boxt dich. Ich boxt zurück. Aber Ziegen können einen gar nicht. Die machen wirklich nie was, ne? Also, ich habe noch nie gemerkt, dass eine Ziege einen tötet. Außer, die wird schein. Die sind sehr aggro. Die sind scheiße. Boah, deine... Deine giftigen Augen sind auch geil. Hm. Sind giftig. Hey. Stirbt ihr auch, Mann? Muss auch treffen. Ich treffe die ganze Zeit. Oh, der lebt immer noch. Ich werde bekloppt. Ich dachte, oh, sie hat mich getötet. Nee, der trickst mich hier aus. Der bleibt auf einmal stehen. Dreht sich um, läuft in die andere Richtung. Ah. Aber mich auslachen bei P.O.T., dass eine KI mich äh... Ja, bei P.O.T. ist ja was ganz anderes. Ah. Da ist das was anderes. Außerdem habe ich erst eine Ziege geküllt. Ja. Ah, jetzt bin ich erst orange. Der Knochen. Äh, ja, hier die... Nee, das ist beides noch rot. Aber meine, hier, Herzschlag-Sensor ist äh... Jetzt orange. Herzschlag-Sensor. Herzschlag-Sensor. Das ist dein Leben. Meiner ist gelb. Ich glaube, Eric weiß aber, was ich meine mit Herzschlag-Sensor. Ja. Von Call of... Nee, wegen Call of Duty Herzschlag-Sensor. Die hören mich ein an die Gruppe da und ich sage nein. Und wenn die Linie nur gerade ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Testen wir mal. Die Wissenschaft. Ich meine, ich bin immer noch... Lex-Frakturit und Wounded. Die denken immer wirklich, ich bin so lost und lese Englisch. Ähm... Der... 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 Die Ziege. Ne? Ist auferstanden. Ich meine, die gibt mir auch normales Fleisch. Die gibt mir keine Diät. Nee, du brauchst äh... Ein Reh. Was? Aber ich meine, aber die Wildschweine? Nee. So, ich verdeck mich jetzt. Aber wenigstens habe ich ein bisschen was im Magen. Mann. Ich... Fettsack. Also hier ist auf jeden Fall Action. Hier ist ein Kanu. Äh... Hier sind Raptoren. Die kämpfen gegeneinander und alles. Hier ist ein Raptor, der andere Raptor umgetötet. Warum auch immer. So ein roter. Ja, aber so sehen die Leute wenigstens. So funktioniert das. Man ist verwundet. Man hat Probleme. Man muss wie so ein Spasti im Busch sitzen. Warten. Das ist so alt. Wir sitzen gerade nur im hohen Gras. Ja. Ich sitze im Busch. Also... Weil ich kann austauschen. Haupt wegen einer Scheißziege. Gingem Pounzen. Das Gras ist so groß. Das ist wie im Busch. Das Pounzen. Ja, das Pounzen verbraucht so viel Austausch. Jetzt kommt man bei. Ich bin so einsatz vor einer Gruppe. Ja, wie bist du denn gestorben? Hier. War ein bisschen hier Zombie erwacht. So Dino-Zombies, ne? Voll geil. Ja, weil wir kein Halloween haben. Jetzt kommt Tai zum See. Geht nicht. Ich bin immer noch. Lex Fractured und Wounded. Oh, es wird... Ja, okay. Jetzt nur noch Lex Fractured. Wounded ist weg. Nur noch Lex. Das wird alles gut sein. Was sagst du ganz? Wounded? Ja, und weg. Wir können laufen. Wounded. Ja, ich werde gesucht. Jetzt... Erik. Ich gehe hier runter. Boom wieder. Das wäre so mies. Ich komme! Die werden jetzt gerettet. Jurassic Park Musik hier. Aus China. Oh! Perfekt. Random. Oh, diese Musik. Hört ihr die? Nee. Nee. Der ist so schön. Aber ich habe Musik auch angemacht, aber ich höre nichts. Ja, ich ja. Ey, wenn du das hörst, wie glücklich... Das passt so gut gerade, wie wir laufen. Erik, du wirst es auch genießen, wenn du die Folgen siehst. Aber ich hatte gerade eben Glück. Glücklich? Ich habe gerade eben glücklich. Ich sehe es. Schafft Erik es? Ja. Er schafft es. Aber das ist, glaube ich, nur normales Fleisch. Egal. Aber schon interessant zu sein. Oh man. So muss es reichen. Dann sage ich, ich würde dann nach der Aufnahme. Spawn App 3. Diese Musik. Ich fühle es. Sie ändert! Ich habe mein Skin ein bisschen geändert übrigens, ne? Oh. Interessant. Ich wusste, die Musik lauter drin. Schön ist. Ja, meine Musik ist jetzt weg. Ich bin traurig. Passiert. Hm. Ah! Ah! Nicht schreien! Wieso schreit er, wenn ich schreibe? So. Obwohl, eine Sache jetzt mal ein bisschen so gamemäßig zu denken. Ist das eigentlich schwachsinnig mit der Musik? Es ist ein Survival-Game. Da musst du auf jedes Geräusch hören. Jetzt denke ich so Ego-Shooter-mäßig. Du kannst keine Musik hier reinballern. Du musst auf jedes Geräusch achten. Eigentlich nicht. Da kannst du keine Musik reinmachen. Das ist eigentlich komplett Schrott. Ja. Da sind Schrott. So Schrott packen das Spiel. Ne, zu teuer. 30 Euro, ne? 20. 20? Alter, hier ist so schön. Ohne Witz. Sonnenschein. Da ist das Schrand hinten. Das Gebäude. Voll die Aussicht. S-D-Hate. Ah, ne. Wir brauchen S-D-Hate gar nicht. Wir brauchen... Aber, Deldo, du kannst echt gute Fotos machen. Ohne Witz. Aber, was ich gerade... Ich habe vor, ich würde das Game in Schatz- oder Schrott-Game machen. Weiß ich spiele das schon voll lange und dann meinst du auch Schrott-Game. Kannst du nicht spielen. Oh, da sind sauviele Diäten. Ich dachte, da kommt nicht so... Oh, da sind ja sauviele Krokos drin. Ohne Scheiß habe ich auch gedacht. Ich so, das ist nicht sein Ernst. Wie man so richtig paranoid wird. Aber, Erik, ich habe wirklich genau denselben Satz gedacht. Sind das Raptoren? Das ist... Wir sind zu lange... Wir kennen uns schon zu lange. Das klappt nicht. Wir denken alle gleich. Sind das jetzt... Ne, wir Raptoren sind nicht zu groß. Wieso? Er labert von... Ah, ich weiß nicht, in welche Richtung er meint. Ich spiele zur Witz. Ich spiele langsam ein bisschen Fleisch. Ich riskiere jetzt was. Alter. Ach so witterst du schon was? Kommst du. Oh ne, das ist Schluss. Ach du weißt schon? Ah ok ok. Pick nur, pick nur, pick nur. Geh weg. Ich spiele Pukno. Jetzt ziehe die Scheiße aber auch magisch an, ne? Ein Stück von denen, aah, ne. Wir haben sich die ganzen Diäten gebunkert hier. Aber meine Frage... Genau, wegen Kano. Ich sage auch bei P.O.T. immer Kano-Tosaurus. Bei P.O.T. heißt der Pykno. Gibt es zwei Arten? Weil ich kenne ihn nur und... Ja, ja. Es ist ähm... Ein Gebiet glaube ich. Der eine war im anderen Gebiet äh... Der eine war im argentinischen Gebiet und der andere war... Ja und die haben leichte unterschiedliche Merkmale am Körper. Ja. Die sind eigentlich so minimal anders gebaut. Also die sehen halt, sag ich mal mit Entfernung gleich aus, aber sind eigentlich... Ach da sind die Pykno-Zium. Äh. Da fang ich auch schon damit an. Ich guck. Kano-Zium meint das. Äh. Wo bist du? Ich bin nämlich vor dem die ganze Zeit am Wandern, weil der ist ein Strich der Hit bei denen. Ich weiß. Wir sind auch hinter dem kleinen Mini-Jugeln. Hinter dem kleinen Mini-Jugeln. Wir sind richtige... Richtige Laftoren ey. Ich bin auch Richtung Wasser. Ich bin vor euch. Wie geil ist das denn? Oh. 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 Die kommen. Nein, nein, nein. Tun die nicht. Doch. Mach mich sowas. Ach wie geil. Da ist der Kano. Auch ein Baby. Lass mich. vorsicht ja die zwei hier die sind sehr aggressiv wie geil das aussah wie du so hervorgekrochen kamst der kommt gekommen versuch abzuhauen ich will nicht ich bin so stark am bluten ich bin recht tot wegen also mit lakut kann man nicht auswachsen ich bin in seinem hund gesproken die campen eines tages bin ich bestimmt ausgewachsen das ist schon geil mit denen das liebe ich so weise all hier ne da kommt pot einfach nicht ran ich liebe pot also ist wirklich kein disrespekt aber dieses feeling wie das jetzt gerade ist es einfach geil widerregend man könnte meinen ich habe schlamm auf meinem körper also ich mache jetzt werbung ich will keine werbung machen aber ich will dass die auch zu uns zum discord kommen wer die hier schreiben wo seid ihr da wo die party ist gewesen ich sehe nur drei punkte die ganze zeit die eten vor mir ach komm ich mache jetzt werbung ist mir egal du stehst da ein bisschen offen rum also wenn der zug gleich kommt dann bist du ganz weg dann sagen wir wann der zug anfährt er ist ganz in der nähe gleich leuchtet schon gleich leuchtet schon die hupe die hupe leuchtet gleich kommt der ICE so da hinten siehst du die da hinten schon laufen die züge laufen ja wir können hier gleich selber legen ich habe jetzt eine erung gemacht vielleicht gehen die ja drauf ein ich will ich warum ist ich brauche deutsche spieler weise ein also ein zeichen schnell ich sehe nicht im chat dass ihr schreibt dann bist du ganz woanders in die sphens nicht 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 auf der anderen seite wahrscheinlich da ist die mauer ich weiß auch vielen palmen ich gleich muss er da hoch auf vielen palmen überall palmen man ja das geht mein chat nicht mehr weg wenn man nicht mehr weg machen der bleibt da irgendwann da geht irgendwann nach jahrzehnten weg und nachdem du dreimal ausgewachsen bist ja das war schnuppern ich bei dir du bei mir also ich bin im wald ich habe keinen plan wo ich bin ich habe was gehört und das war ich das war ehrlich muss doch da lang ja 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 haben sie lockst auch die züge wir sind schneller als du also es trifft dann nur dich wieder das ist nicht nett warum tut ihr das aber ich rieche auch nicht das wasser da könnte ich ungefähr orientieren wo ich bin ich schreib mal in chat dann liest du es vielleicht ich will so gern sind zwei aber kann ich eh noch nicht also meins fließt sie anscheinend nicht ne aber ich würde auch ein 3er langsam wieder nehmen wollen das klingt alles so falsch aber ah da ist S S? ja ich will das wahrscheinlich ist das aus dem punkt wo wir ein bisschen in die richtung her gekommen sind das S meine ahnung das hat er wird größer und größer weil ich habe jetzt zwei diäten mit drei punkt aber ich will jetzt noch es bist du sicher dass du East Plains gespawnt bist? ja und ich bin grad hier in diesem äh wo die Bienen sind ja ich will mal hier riechen was hier passiert oh Musik ach das sind Krude und die hier tot sind ok ok gehe ich mal in eine andere richtung und schnuppern ach diese friedliche Musik hast du die auch? ja ok dann ist das mal gleichzeitig das war ich nicht ne aber ich hörs oh das kommt von da war jetzt eindeutig was ist das für ein Geräusch? das ist ein Reh? boah das die Hörde war kein Reh aber ich würde sagen da hast du nicht wie ein Reh angehört ne aber ich hör wie wir weiß in welcher richtung oh jetzt ist er lauter gleich da ich habe Drodon gegessen jetzt bin ich giftig ha? äh oh ein Baby Stego töten ich komme oh der läuft weg der hat Angst oh ich will mal du warst auch ein Baby und hattest Angst wow und ein Baby Pat ne was ist das? irgendein roter kleiner Sauber ein T-Rex ne 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 ein T-Rex gibt es hier gar nicht ne? ein anderer Raptor ich bin hier oben ein roter Raptor wieso gibt es hier in dem Game kein T-Rex? bist du das? der Große? bin hier oben in dir? nein das bin ich nicht ne der Große bist du nicht Maximus Rex das ist ein großer Raptor da bist du da bist du ja willst du den töten? ja er besteht und er steht da so oben Raptor auf der anderen Seite Raptor ah oh mein Gott hat der gefett fingert? oh 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 ey ich will äh 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 ich hau jetzt aber ab weil ich die sind ganz schön aggressiv die Spieler hier oh die haben der Baby getötet oder ne? ich verkenne ja gar nichts wer ist das hier? ach das Geld du bist das? du bist so groß ich wollt grads sagen was bist du denn? ich kack dich ich bin ein Regenborn ich habe mich heute ausgeguckt das ist doch das ist doch unfair ich bin die ganze Zeit tot ey ich habe drei Punkte egal man war das ist auch ein es ist auch un Mann oh ja drei Punkte würde ich auch fühlen ja die sind da hinten einfach ich folge einfach mal Eri ich habe keinen Plan weil ich habe nicht geschnubbert Irgendwann. Irgendwann bin ich auch mal jugendlich. Irgendwann. Ey, hier ist ne Höhle. Sind wir? Da sind 3 Punkte. Na, die hab ich eben schon gegessen. Ähm, welche Prozent habt ihr? Äh, ich glaub fast 60. Boah, an Herrera ist das. Wird ja so schnell. Die laufen 50. Ja, ich nicht. Na, Baby. Wow. Ah, hab ich euch erschrocken, ne? Hallo. Ah, nicht die Knochen essen, ne? Ne, dann riechen. Hm, kannst du das sowieso Schupperschuppes? Warte, ne? Ich bin männlich. Ähm, warum? Warte, lass mal nachsch- lass mal nachschauen. Männlich, weiblich musst du. Hallo? Da ist nix. Lass mal den Stock in Ruhe. Ist mein Bild schon wieder rot ein bisschen, aber ich hab nichts. Er hat, er hat auch nix. Hä? Du hast voll die Wunden am Körper. Also du weißt nicht aus wie Blue. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du auch nicht? Nöööö, ich hab Dehydration, alter. Nein, bin ich nicht. Wie kommst du denn da rauf? Soll ich mal dich anspringen? Hm. Wenn du mich jetzt anspringen würdest, würde ich Matsch. Ich bist 12. Oh mein Gott, ich hab grad so in meinem Finger gejuckt, ne? Alter, hast du auch bei Status Rapid Dehydration? Äh, nein. Aber ich hab, äh, mein Bildschirm ist bisschen rot. Ich bin gelb, aber keine Negativpunkt. Keine Ahnung, was ich hab. Ja, dann ist das noch n bisschen Aua. Ich bin grad mit 14%. Warum? Was haben wir denn falsch gemacht? Schreibt das gerne in die Kommentare. Äh, was denn? Ich weiß. Ich muss da immer versuchen, dass die Leute auch was schreiben. Weil ich weiß wirklich nicht warum. Warum was? Warum ich bisschen rot bin. Warum das Bild noch n bisschen rot ist am Rand? Ja. Weil du noch nicht ganz gesund bist. Doch, nein. Ich war eigentlich glaub ich ganz gesund. Ja, älter. Nein, ich bin nicht. Dann darf ich einmal beißen. Das macht ja keinen Sinn. Ich, tu ja mit beißen. Ich tu noch einmal kurz rechtsklick. Also ich sprich da drauf. Machst du keinen Schaden? Nein, ich denk nicht. Ja, okay, komm du das. Ich bin nur drauf und wieder weg. Ey, ich hab Blutung. Echt? Ja. Der wird ja direkt dann zu beißen. Ne, mit den Krallen. Ich hab's grad gesehen. Und ich hab schon wieder die Dschungelmusik. Echt? Dö, 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 dö. Ähm. Ich werd aber nicht genau hier sein. Weil hier ist dein Blut, ne? Die riechen das und kommen hier hin. Egal. Alles für die Risikofanklose. Ja, ich, 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 ich lenke die ab und sterb wieder. Kein Ding. Perfekt. Das nenne ich ein Satz. Das ist gut. Der lebende Kadaver. Es geht nicht. Es geht irgendwie in keinem Spiel, ne, bei Dino? Ja, dass du auf den Dino springen kannst. Man glitscht immer durch. Durch oder neben wieder runter. Boah, wenn du das gelb gemacht hättest anstatt grün, wärst du wie ein Endoraptor gerade. Wäre auch geil, Eric. Von hier sieht das aus wie ein Endoraptor gerade. Wegen Grün oder was? Ne, weil von hier hinten siehst du sehr schwarz aus mit dem Kopf. Boah, ich hab gar keine Ausdauer mehr. Warum das denn? Weil du die ganze Zeit hüppst. Springen macht sehr viel Ausdauer weg. Er hat was von Delta gelernt. Hi. Die haben mir nicht geantwortet. Such dir Mitspieler. So, Freunde. Oh, mein Herz. Ne, ist doch wirklich, die sollen alle joinen, so weißt du? Wir brauchen das. Ah, Malu spielt das Spiel auf dem Handy. Auf dem Handy. Auf dem Handy. Oh, Malu. Noob. Nein. Oh, meine Dehydration ist weg. Geil. Aber ich wusste doch, dass das auf dem Handy spiel ist. Ja, eigentlich ist das Handy-Game. Ich bin auch cool. Ach, du bist am Sniffen. Ich dachte, ich war Schritte. Ich hab auch, ich hab auch gerade gehört. Aber es war Schnüffel. Lass uns zum S gehen. Ja, mach ich auch mal überlegen. Ja, lass uns kommen. Lass mal an und dann sagen wir was. Ich hab eine Ausdauer. Egal. Hast du keine? Du kommst nach. Du kommst nach. Wir checken die Lage. Jetzt geht das schnell. Ach. Ach. Deswegen bin ich stehen geblieben. In der Hoffnung, dass du es checkst. Aber. Ich bin, äh, nicht machen, weil ich bin irgendwie cool geglitscht. Also das war eigentlich mehr Glück als Verstand. Ich lauf drüber rum. Ah, das S ist der Stego, ne? Ne. Das ist ein Krog. Hä? Immer ein Krog hier oben. Ist nur ausgetrocknet. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Boah, den esse ich jetzt, weil seine Verwandtschaft hat nicht gegessen in der ersten Folge. Ja. Also ich bin S voll. Ja, ich auch. Dann. Ja, ich mach nur noch. Nur noch magenvoll gemacht. Muss noch warten, bis eine andere Diät von mir fällt. Obwohl die zwei Stück verfallen dann gleichzeitig. Wahnsinn voll. Muss drei Punkte auffüllen. Aber ich hab keine perfekte Diät. Das ist blöd. Naja, ich auch nicht. Ich auch nicht. 50 Prozent. Hier sind viele Ss. Was heißt der Krog? Alles Ss. Noch mal da, links im Wald. Da war ja Party. Da ist zwei Strich. Ja, nee. Da war ja, das ist gerade eben die Party. Die haben zubeigelaufen ist, weißt du? Äh, ja. Da ist noch Trudern, die ich höre, oder? Nee, ist Kompi. Äh, boah, Alter. Du bist dat. Wir müssen uns gebückt fortbewegen. Schnell? Wie Jäger. Wir sind Profis. Komm einmal professionelles Gameplay an. Mein Ohr juckt. Katzen die jagen. Was denn vorjuckt? Wir sind Katzen. Mein Ohr. Wieso? Ach die, okay, die sind da unten drinnen. Ich hab die gerade im Wald gesehen. Umrisse. Hier ist jemand. Das ist ein Karnow. Drittens. Sind die immer noch da? Ihr töten die Scharnen von eben. Ihr töten die Scharnen von eben. Ihr töten die Scharnen von eben. Und Cera. Oh und. Oh. Ah die Kämpflosch ging dann da. Ja, die Kämpflosch ging dann da. Oh, was ne Cera Armee. Weg hier. Oh mein Gott. Das ist nicht gesund. Na Kurt, lebst du noch? Noch ja. Hau einfach ab. Ja okay, die Ceras haben die Karnow verjagt. Dann müssen wir uns auch was anderes suchen. Weil wir hier zu dritt. Mit der Power von Beißkraft. Können wir nix anrichten. Ja, allein hier mit dem Baby hier am Rande. Ja. Müssen wir das Baby beschützen. Der Nachwuchs. Oh mein Gott. Ah, Mann ey. Toll, wir beschützen hier den scheiß Nachwuchs, Leut. Äh. Toll beschützt, ey. Dieser Schrei. Ah. Ah, ich komm nicht hinterher. Hilfe. Wenn ich jetzt auf den Baum springen könnte, gell. Der ist immer noch hier. Weiß. Ist der alleine? Keine Ahnung, ich sehe Deltas Nahmischkeit zur Delta. Aber ich... Cera. Er hat mich getroffen. Das ist nicht dein Ernst. Wo kam denn jetzt der Cera? Ich hab den Kano. Ich hab den Kano. Ich hab den Kano hinter mir. Das war ein Kano und kein Cera. Ne, doch. Mich hat ein Cera angegriffen. Ne, ne, ich hab's gesehen. Das war ein Kano. Das war ein Kano. Direkt vor mir. Ja? Ich hab den Kano weggeloggt. Ich hab den Kano weggeloggt. Ich werde Videobeweis machen. VR. Werde ich genauso als Animation machen. Wir gucken mal, ob das ein Cera oder ein Kano war. Das war ein Kano. Ich hab's gesehen. Ich war nämlich direkt neben dem Cera. Ha, 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 ha. Kann nicht wahr sein, ey. Ey, ohne Scheiß. Wegen dem Spiel hier beiß ich mir so auf die Cino zusammen. Ich komm bald wieder zum Zahnarzt. Ha, 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 ha. Wildes Unterfangen. Oh, wir bitten direkt in Valhaeigerandach. Da bist du. Ja, ich hatte Angst. Ich bin doch soweit. Ich darf nicht sterben. Irgendwann riecht den Blut. Ja, der ist so in den Weg, ich jetzt. Trotz. Wenn der kommt, ne. Dann kommt er aber richtig. Ich töte noch seinen ganzen Nachwuchs. Auf jeden Fall habe ich die Eisenbahn abgehangen und weggelämmt. Die Eisenbahn. Oh, Mann, ey. Du musst den Nachwuchs beschützen. Ah! Und weglaufen. Toll. Du musst beschützen. Ah! Ah! Du erschreckst dich aber auch in dem Spiel so sehr. Ähm, weggst das nicht. Boah, was ist das denn für ein Geräusch? Das war... Ein Kano. Mein ich auch, ein Kano. Hm. Ach, das war ein Fisch im Wasser. Boah, Alter. Er erschreckst dich schon von einem Fisch, weißt du? Aber fühle ich habe mich auch schon. Boah, Alter. Weil die hüpfen manchmal so hoch und dann denkst du dir keine Ahnung, was das für ein scheiß Vieh ist. Er ist so halb aufgetaucht, er war so halb an der Wasseroberfläche und halb unter Wasser. Ja, da dachte ich bestimmt, das war ein Krog. Mit der Lightvision an? Ja. Kannst du das manchmal schlecht unterscheiden. Dann würde ich eins sagen. Wollt ihr noch eine Aufnahme machen oder sollen wir jetzt hier komplett beenden? Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Geht nämlich jetzt schon wieder 35 Minuten die Aufnahme. Gut. Wir haben es noch geschafft, sind aber knallrot, also ich zumindest. Na, nicht mehr. Ich habe was Falsches gegessen, ich bin krank. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Macht's gut. Ciao. Tschö. Tschö. Tschö.